Hallo, ich bin der Gerwulf und ich bin Hector und wir spielen War Thunder, die zweite. Gerade sehe ich es, ich nehme anfangs Gerwulf, aber da komischerweise heißt es Herzog zu Bärwangen. Eigentlich steht da Herzog zu Bärwangen, aber ich wollte mich nicht mehr mehr schreiben lassen. Ja, sauber zu lang, sauber zu lang. Furchtbar. Bist du bereit? Ich bin voll bereit. Voll bereit für eine neue Niederlage, olle olle. Heute wird es schnell gegangen. Ja, jetzt ab. Links A, oder? Links A. Ich habe ja andere Munition mitgenommen. Scheiße, ja. Ich muss einfach abbrechen, abbrechen oben, abbrechen. Was tut dir leid? Was tut dir leid? Was tut dir leid? Ja, nie, nicht. Mir tut mir irgendwas leid. Was tut mir vor? Ja. Was tut mir vor? Was tut mir vor? Ja. Die Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ja. Ja. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Immer gut für Stecken. Warum geht's ab? Na? Da haben sie schon geschossen. So möchte ich vielleicht, oder? Du hast ja die Seriös im Blick, oder? Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Ja, aber die haben sie hinter uns. Ja, aber wir müssen jetzt nicht weg. Dann dreimal weg und dann... Na ja, schau du da hin. Schau mal, was ich bei B ausrichten kann. Wahrscheinlich nichts, oder? Ja, da fahr ich mit. Ah, zack. Feuer löschen, Feuer löschen. Oh, ich hab sie getroffen. Ja, von rechts, von rechts. Von rechts der Wolke. Ah, siehst du schon. Haben, 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 geradeaus, geradeaus. Den haben wir auch. Hm, das hat knapp. Du brennst. Du brennst. Du brennst. Ich muss nur schliessen. Ich schau mal nach rechts. Du schaust geradeaus. Ja. Treffer. Besiegen wir uns. Treffer. Da. Nein, ich hab den anderen noch gar nicht getroffen. Treffer. Da. Fuck. Ja. Wenn es Gas gibt, dann geht das Rohr runter. Jetzt haben wir so stark spart, um den Treffer. Und den Zielen. Da wei, da wei. In die Schlacht. Mit dem Flugzeug. Hm. Die Reparatur dauert zu lange. Ist er noch da? Ja, da steht noch so. Und rechts vorne auch einer. Das war Bob B, gell? Ja, B. Oh, da kommen die eh feinlich. Die sind jetzt auf Internation. Wahrscheinlich wegen einem Tupi-Dicker. Warum kann ich nicht schießen? Oh mein Gott. Waffe klemmt. Warum klemmt die Waffe? Ja, und wann entklemmt die? Ja, und wann entklemmt die? Noch ne Zeit. Ja, toll. Das ist selber eliminiert. Jetzt klemmt sie nimmer. Das ist gut. Jetzt ist aber auch nimmer da. Ja. Au, 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 au. Auch noch einer da bin. Ich trudle. Vielleicht trieb ich nicht. Waffe klemmt. Die Zahl hab ich gar nicht geschossen. Hm. War gut zu wissen das mal. Ja. Schau mal, schau mal, schau mal. Das ist geil. Vielleicht muss ich am Anfang immer so frustrierend sein. Ich verstehe es halt. Nein. Ich verstehe es halt. Ha. Ich verstehe es halt. Ja, ich verstehe es halt. Ja. Oh, das ist doch eine gute Idee. Nein, das ist doch eine gute Idee. Oh, Gottes Willen. So schnell, das ist so geil. Das haben wir mal überlebt. Oh, oh. Ha. Ich bin unter. Ja, ich habe es überlebt. Ich muss kein Japaner sein. Das hat er nicht gesagt. Also da oben, der steht nicht mehr. Da kommt man niemals hin. Du musst ja da irgendwo hinfahren. Da geht's. Zumindest kann mich keiner finden, wo ich fahre. Schaff es nicht. Oh, nein. Schaff es nicht mehr. Oh, hat die Mühe langsamer. Das ist so der Hammer. Ich weiß, er ist ein Begriff. Aber das ist so für mich. Ich brauche ein neuer Motor. Ich brauche ein neuer Ketten. Jetzt wenn es da aufnehmen kann, dann kann ich das sagen. Schaut es zu ihm. Bei mir seht es nur durchdrehende Ketten. Ja, pff, dann ist es anders. Also mit einem Berg hoch, das dauert. Die werden uns alle so zu erfleischen. Komm ich da rauf? Wahrscheinlich auch nicht. Ich würde schon das Bonpunkt erraten. Nein. Ich bin um, ich bin um. Puff. Ja, genau. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Aber die ist ja spannend, ne? Das sieht man schon mal in der Zeit von 5 Minuten. Wir würden das auch mal schon gut passen. Macht das nicht so? Ja, genau. Aber es macht mit Lenkrad schon mehr Spaß. Augen auf die Karte. Augen auf die Karte, was sie ihn. Echt da, ey. So schnell wie der fährt, schießt er wahrscheinlich noch mit Platzpatronen. Jetzt gib mir doch mal Gas. Jetzt bin ich da wieder um die Sonne gefahren. Oh Gott, ist das eine lahme Krücke. Ja, Mann. Das würde doch keiner sehen, was du da hast. Richtig. Fällt es aber nicht ab. Bleibt es da. Ich fahre zum Sick und dann bin ich hin. Nein, das geht nicht. Ich gebe viel Gas. Ich gebe viel Gas. Nein. Aber der andere. Nichts, gut, weiter. Ich habe nichts weiteres. Und so ist glücklich. Auf zu ziehen. Okay, da geht sie runter. Danke, ich habe gemeint, das war der... Ich stelle mich nie mehr auf die Porta vor. Warte, ein Scheißbauern! Gewonnen! Jetzt kann ich mir etwas eingebauten, ich habe mit dem Panzer gewonnen. Ja, ja. Es gibt richtig fette Punkte. Obwohl ich so beschissen war, war ich auf dem 9. Platz. Wo bin ich hinkämer? Eigener Platz im Team 14. Was, du bist 14? Ja. Tatsache, du... Alter, du hast keinen Kill. Ich habe wenigstens einen Kill. Alter... Scham den. Gebiet erobert. Tatsache. Schauen wir mal. Zumindest haben wir ein wenig erforschen können. Einschießen. Ach, schau her. Jetzt triefe ich zumindest. Bremsen. Kriege ich den nächsten oder übernächsten? Ja, kriegt zumindest der. Wie siehst du jetzt was? Ja. Ich habe ja nichts für den. Also nächste Runde beim Gurtlauch fand der SU5-1 fertig werden. Das hört es bei mir aus mit der... Na. Was machst du? SU5-1. Ah, selben auch. Gibt es ein paar Crew-Punkte? Es gibt ein paar Crew-Punkte. Ah, es gibt ein paar Crew-Punkte. Ja. Richtschütz. Entfernungsmessung. Oh, das hört sich gut an. Und Zielfindung. Zielfindung. Hast du so viel? Nein, ich habe mich anstatt Entfernungsmessung für Zielfindung entschieden. Ach so. Und das, und das, und das. Genau. Ah, und da noch. Ah, das auch noch. Oh, Kommandantstufe 18. Ah, super. Warum kann ich es nicht annehmen? Was willst du annehmen? Habe ich wahrscheinlich schon gedruckt. Halt dann. Gehen wir noch eine an, oder was? Hä? Habe ich wieder durchführe halt. Ich würd schon sagen, halten wir es einmal klar. Die ganzen Folgen. Also. Wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns um ein Like sehr freuen. Und wenn es ein Dislike hergibt. Dann sagt es zumindest, warum. Warum. In einer ganz normalen Wortfindung. Ja. Und wenn es Fail-Likes gibt, macht man demnächst Doppelfolgen. Uh. Alright. Keep on rolling, baby. Hey dann. Macht's, ist gut. Tschaui. Servus.